Es ist schwierig in Trier zu gewinnen. Viel Publikum da eine sehr intensive Halle, genau wie die Hartmannhalle hier und heute haben wir den Heimvorteil, deswegen gewinnen wir heute. Musik Jaaa, Michael Kampus! Das war's. So wie wir hier spielen, wir müssen uns einfach mitnehmen, wir müssen hart spielen, wir müssen mit Emotionen spielen und dann können wir auch in Trier gewinnen. So, go down there, be tough, come out with a win. Come on, man, let's go, baby. Niners on three, one, two, three, Niners! Here we are. Vielen Dank.